so leute und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal heute haben wir die proton von explode ja ist eine sehr gut bekannte 12 20 9 schusser genau auch sehr günstig erhältlich für 2,99 gekauft wurde die bei tosh pyro wie schon einige andere passen so sieht die von innen aus recht schlicht im design schwarz und ein bisschen beschreibung die nemm steht hier drauf ja hier oben 57,67 gramm und ja ich zeig euch das noch mal kurz wie das hier aussieht also explode ist vom design ja finde ich sehr angenehm immer hier haben wir auch noch ein paar effekt bilder ich kenne ich weiß nicht ich weiß nicht wie der effekt heißt könnt ihr mal in die kommentare schreiben ich kenne mich nämlich ich weiß immer wie ein effekt aussieht aber ich weiß nie wie man den benennt außer bei goldwein bei goldwein weiß ich crackling oder so ja dann würde ich sagen sehen wir uns jetzt zur zündung oh mein gott die muss gleich noch ordentlich reintun der proton von explode ist gleich so jetzt die was haben wir hier proton explode geile günstige batterie von toshy ok los geht's auch blaue sterne ganz geiles teil und 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 und